Hier präsentieren wir die 5 besten Kompressoren-Tests. Lasst uns mit der Liste beginnen. Bei Nummer 4. Güde Kompressor IRPOWER Der handliche Güde IRPOWER 190 ist sofort durch seine Tragbarkeit positiv aufgefallen. Außerdem besteht der Kompressor aus hochwertigen Materialien und besitzt dadurch eine lange Lebensdauer. Auch in Bezug auf die Verarbeitung kann man sich auf den Hersteller Güde verlassen, was für den Anwender die Nutzung sehr einfach macht und Sicherheit bietet. Mit dem Güde Kompressor IRPOWER 190 können verschiedene Aufgaben durchgeführt und übernommen werden, wie beispielsweise das Lackieren, Entstauben, Reinigen und auch für einen Kompressor übliche weitere Aktivitäten. Ein Druckluft-Kompressor, der Ihnen einen vielseitigen Einsatz bietet. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Die Hälfte unserer Liste auf Platz 3. Black Plus Decker Kompressor Der Black Plus Decker ASE 300 ist ein günstiger Kompressor, der vor allem für Pumparbeiten geeignet ist. Er verfügt über einen 12V-Anschluss und zählt damit zu den 12V-Kompressoren, die ohne zusätzlichen Druckluftbehälter auskommen. Alternativ kann der Black und Decker ASE 300 Mini Kompressor aber auch zu Hause über das 230 Volt Stromnetz mit Wechselstrom betrieben werden. Im folgenden Beitrag zählen wir dir die Pros und Contras auf und haben noch das Wichtigste zusammengefasst. Kurz vor unserer Liste auf Platz 2. Ein Hell Kompressor THA.C Öl frei Der Ein Hell Kompressor THA 224 OFF ist ein ölfreier Kompressor für Einsteiger, da dieser weder zu teuer ist und auch eine optimale Leistung bietet. Was dieses Modell wirklich kann, wofür dieser besonders gut geeignet ist und was die Vor- und Nachteile sind, erfährst du hier. Der Ein Hell Kompressor hat kompakte Abmissung von 27,2 x 60,4 x 60,6 cm, weshalb er sich sehr gut als Einsteiger Kompressor anbietet. Die Stromversorgung erfolgt über 230 V und 50 HZ. Zubehör ist in der Grundvariante nicht dabei, jedoch gibt es immer wieder Angebote, die Zubehör inkludieren. Und kommen in eins unserer Liste. Implotex Flüster Kompressor Der Implotex 480 W ist ein leistungsfähiger Kompressor ölfrei, der aber beim Betrieb angenehm leise ist und damit auch in Gebäuden und geschlossenen Rahmen gut und ohne Gehörschutz zu verwenden ist. Also ein Kompressor, bei dem du ohne Gehörschutz arbeiten kannst. Er bietet aber trotz des geringen Gewichtes eine tadellose Verarbeitung und eine beachtliche Leistung von 480 Watt, was 2,3 PS entspricht. Die maximale Druckleistung liegt bei 8 Bar. So schafft der Kompressor eine Luftabgabe von bis zu 89 Liter pro Minute. Aufgebaut wird der Druck in dem 9 Liter großen Kessel. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke, dass Sie unser Video. Für mehr Aktualisierung, abonniere unseren Kanal.